Da kommt doch schon der nächste Angriff. Das ist ein verfluchter Überfall. So, das sollte mal reichen. Dorthin also. Was jetzt? Was wollt ihr? So, ein mittleres Haupthaus hätte ich jetzt gern mal. Dann können wir auch ruhig hier draus setzen. So, ein mittleres Haupthaus. 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 Das Gebäude ist einsatzbereit. Zu den Waffen! So, noch ein Totem. Elende Lichtbeter! Dann errichten wir eine Bummeshalle noch. Was liegt an? Wo sind die Gegner? Vorwärts, vorwärts! Wo sind die Gegner? In Deckung, Krieg! Ein Gegenangriff! Jawohl! Die Deckung! Ruhe wie befohlen! So, ihr geht nach Süden! Und überlasst das den guten Totems! Was hat das jetzt eigentlich nochmal gemacht? Hey, chill! Verbesserte Zauberkräfte! Das ist das Wichtigste an der Sache! So, Eisen wird gesammelt. Brauche ich... Da ich keine Speerträger habe. Krieg läuft! So, die Ruhmeshalle wird errichtet. Ich könnte nochmal 5 Jäger ausbilden, aber das bringt jetzt nicht so viel. Und ja, durch den Patch kann ich mir definitiv das Bauen von... mehreren Ausbildungsgebäuden aufsparen. Ach ne, jetzt laufe ich nicht da rum, wo ich das Gebäude platziere. Nee. Ich bin da rum. Beide ich an der Stelle! Ich bin da rum. Ich bin da rum. Da müssen wir uns dann. Das ist ein Wichtigste, das ist ein Wichtigste. Ich bin da rum. Ich bin da rum. Lor bist du wiederverraten. Ich bin da mit mir. Ein Gegnerangriff! Hintergrund! Hier! Hier! So, jetzt kommt auch Fisch als Nahrung. So, jetzt kommt auch Fisch. Jetzt mache ich ein paar Kämpfe, also mal 10 Stück, damit ich mit denen ein paar Totems hier und den Kämpfern hier eine Verteilung gegen die einzelnen Sternensoldaten machen kann. Dann gucken wir, wo wir hier unten am besten unsere Verteidigung gegen die Sonnenstadt aufstellen. Wir werden jetzt halt warten müssen, dass wir die Nahrung kriegen, um eine anständige Truppe für den Kampf gegen die Sternenstadt zusammen zu kriegen. Was wollt ihr? Feindlicher Angriff! Bist du ein Jäger? Ja, du bist ein Jäger. Was jetzt? Nicht zurückweichen! Tot in feiner Haar! Was liegt an? Vorwärts! Vorwärts! Da kommt der nächste Sonnenangriff. Ich bin schon auf halbem Weg! Vorwärts! Vorwärts! Lauft! Wo sind die Gegner? Vorwärts! Oh, das sieht nicht falsch aus. Oh, das sieht nicht falsch aus. Vorwärts! Vorwärts! Bin schon auf halbem Weg! Krieg! 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 Für den Clan! Lauft! So, dann können wir mal kurz einen Blick zu den Drachen reinwerfen. Hier gibt es übrigens... Oh, jede Menge Fisch, ne? Hm. Das wäre natürlich auch noch so eine Sache, die wir jetzt dieses Mal machen können. Mal dem Wüstendrachen Hallo sagen. Das ist mein Spiel. Das ist mein Spiel. Er hat sich versucht, eine neue Strecke von einem neuen Drachen zu verbrauchen. Ich hoffe, dass ich es nicht verstehe. Wenn wir nicht ohne Tiefend aufgeben können, hab ich gutuspielst.